Hallo. Ich weiß, wir reden nicht oft, aber wir kennen uns schon lange. Haben gemeinsam viel gesehen, Geschichte erlebt und Geschichten. Wir sind hoch hinausgegangen und noch ein bisschen höher. Nun bin ich bereit, den nächsten Schritt zu gehen. Ich sehe jetzt vieles klarer und mich lockt die weite Welt. Komm doch mit. Komm doch mit.